Trusted Shops bietet verschiedene Vertrauenslösungen für Online-Händler und das nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern sogar europaweit. In mehreren Sprachen bieten wir unsere Produkte an, wie zum Beispiel das Trusted Shops Gütesiegel und auch die Kundenbewertung. Dabei ist es so, bei dem Gütesiegel prüfen wir Online-Shops auf ihre Übereinstimmung mit unseren Qualitätskriterien. Und wenn das gegeben ist, erhält der Online-Shop das Trusted Shops Gütesiegel, mit dem er dem Kunden nach außen zeigen kann, also dem Verbraucher, ich bin ein vertrauenswürdiger Shop. Und gleichzeitig bietet er jedem Verbraucher die Trusted Shops Garantie an, als Sicherheit für den Verbraucher. Wenn mal etwas schief geht, die Ware wird nicht geliefert oder nach Widerruf erfolgt keine Rückerstattung, erhält der Kunde im Zweifel das Geld von Trusted Shops zurück, wenn er sich zu dieser Garantie angemeldet hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017